Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen von einem sensationellen Fund berichten aus der Frühzeit der Gentrifizierung. Amerikanisches Material, selbstverständlich. Es wirft ein bezeichnendes Licht auf jene sogenannten Umstrukturierungsmaßnahmen, deren Resultate wir heutzutage aller Orten beobachten können, beobachten müssen. Wir von ReierstiegTV hoffen, Ihnen demnächst auch Bilder präsentieren zu können, die aussagefähig sind bezüglich der Situation jener Menschen, die schon vor den Weißen Siedlern Wälder und Prärien bewohnten. Sie wissen, wen ich meine. Nun aber Film ab. Wir schreiben das Jahr 1869. Untertitelung des ZDF, 2020 Good-bye, honey. Yo-ho! Brownie! Good-bye! Good-bye! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020